Ein herzliches Hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, die Sob und wir sind hier wieder in der Super Premium Woche. Und Hauptsache, ich habe gestern noch, nee, vorgestern, im Video noch gesagt, ja, jeden, ich guck, dass ich jeden Tag eins rausbringe. Was ist gestern passiert? Es kam erst mal keins. Perfekt. Also ich kam wirklich noch nicht dazu, gestern von mir da jetzt, dass ich erst mal, ja, auf jeden Fall dachte ich mir auch, weil mir auch jemand in den Kommentaren geschrieben hat, und zwar, dass ich jetzt einen eigenen Clan eröffne, doch einmal, äh, eröffne, so. Das heißt, wir verlassen erst mal den Clan hier. Ciao, Leute, und jetzt Clan gründen. So, wir haben jetzt hier den Clan, und zwar, die Sob ging. Checkt den YouTube-Kanal ab, die Sob. Ihr seid die... Ihr seid hier herzlich... Ihr seid herzlich eingeladen in meinem Clan. Liebe Grüße, die Sob. Erstmal das Auto-Annahme machen wir mal an. Benötigte Sofern Null. Ja, ich denke, es kommen sowieso nicht so viele am Anfang. So, Abzeichen bearbeiten. Wir nehmen da... Was nehmen wir da? Das hier, das steht für alle Tiere, die sind willkommen, und dann nehmen wir noch irgendwas anderes. Das ist wieder gut. So, bestätigen. Clan erfolgreich erstellt. Die Sob-Gang. Ja. Ihr müsst eigentlich einfach nur... Also, ich sag erst mal Moin in meinem Clan. Ja, ihr müsst eigentlich einfach nur bei den Clans halt, wenn ihr den binden wollt, einfach nur bei den Clans den Namen, die Sob-Gang eingeben. Und dann müsste das eigentlich geregelt sein. Genau. Und hier, man sieht, ich habe weitergespielt. Ich habe die Missionen erfüllt. Heute noch die eine noch nicht. Ähm. Wir sind kurz vor der Werkzeugbox Gold. Das wird dann die vierte von mir sein. Bei den ersten zwei kamen... Glückslecker... Aber zuerst kamen... Was war das? Die Heiligen sind dann raus, dann kommen Glückskeks. Beim dritten kamen nichts, und jetzt bei der vierten sieht man dann. Also, gut. Mit dem spielen wir denn jetzt? Weil jetzt haben wir viel Auswahl. Ich glaube, wir können sogar Larry verbessern. Oder 500? Ich weiß nicht, ob es reicht. Ne, 700. Mit dem spielen wir dann jetzt. Ich würde sagen... Wir gehen mal mit Donner mal wieder in den Kampf. Also... Let's go! Okay. Wir sind noch im Solo-Light-Modus. Okay, gut. Wir haben jetzt hier... Neben uns nichts. Und ansonsten nicht dann. Tag! Was geht? Ich dachte schon, ich hätte nicht getroffen, Alter. So, und... Ach, das war mies. Bitte schieß mich nicht ab. Ach, Mann. Genau, dann schießt er mich ab. War ja klar. Und jetzt... Ach, ich dachte schon, hier daneben. Wir warten mal kurz und heilen. Wie gesagt. Hier ist ja keine Erwartungshalt. Auch wenn der Nix da rührt irgendwo war. Super. Ja, ich habe gerade schon gesehen, da war ein Bogen. Gut. Zack. Wir müssen ja einen Gegner im Feuer killen. Das heißt, wir sollten am Rande des Feuers vielleicht laufen. Und vielleicht finden wir einen. Aber erstmal hole ich noch die Granaten und dann... gehen wir so ein bisschen lang des Feuers. Also jetzt erstmal wieder zurück. Hechten. Okay, jetzt gehen wir hier so außenrum. Also so am Rand. Am Rande der Map. Sagen wir es so. Ich muss sagen, Heilige Sandalen bei Donner ist irgendwie dumm kombiniert. Ich finde es gar nicht so. Okay, da haben wir den Nix. Der ist jetzt halt nicht im Feuer. Okay, das ist ja noch mehr. Schade. Ach du Kacke. Das ist ein Shelly gewesen, gell? Ich habe doch selbst einen Kohn. Der steht da. Ich dachte gerade, ich hätte ihn getroffen. Oh ne, das... Oh ne, das ist dumm. Das ist sch... Ey, lauft doch jetzt mal ein Leck das auch noch. Das ist sehr schlecht geregelt. Kurz pumpen. Okay, wenigstens etwas. Ich würde es nochmal kurz aufheilen. Hier. So, zack. Jetzt, wo ist der Shelly? Das Mädchen, das hätte ich schon noch gern. Da ist der Shelly. Und der ist jetzt down. Ach du Scheiße. So lost. Oh nein, das war so knapp. Oh nein. Bam. Ich sag's. Ich verliere gegen den. Weil ich halt nichts treffe. Oh Junge, der macht mich komplett kalt. Komm jetzt bitte. Oh ne, der hat noch nichts. Och du Scheiße. Nein. Oh nein, der macht mich so fertig. Ich bin tot. Ich kann... Ich komme nicht an den Rand. Was macht der? Hinher, hinher. Aber das war mal eine erste Runde hier. Das war doch die erste Runde, oder? Doch, ich glaube... Weil die so lang ging. Doch, ich glaube, das war die erste Runde. Ja. Let's go in nächste Runde. In nächste Runde, genau. Ich könnte eigentlich rein theoretisch auch, was ich gemerkt habe, die Superpremium-Woche auch nur auf eine Woche kürzen. Aber... Also ich... Wir schauen mal. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine zweite Woche heranzusetzen, weil... Das würde ich vielleicht erst machen, wenn der nächste Battle Pass da ist. Weil... Der Battle Pass geht ja nicht nur eine Woche. Der geht, glaube ich, noch neun Tage. Achso. Keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Waffe. Da liegt... Der Molly ist da. Aua. Ah! Ich sterbe einfach. Nein! Nein! Junge, die Sommer... Dieser Joey. Ich bin tot. Komm, noch einmal draufdrücken. Und dann treffe ich gar nicht mehr. Also wenn ich mich jetzt hier drin einfach heilen kann. Na, komm. Weiß, das leckt auch, weil ich kann nicht schießen einfach. Das war es einfach komplett. Also da war die erste Runde deutlich besser. Ja, naja. Auf jeden Fall gehen wir natürlich in die nächste Runde. Und... Also ihr seid... Auf jeden Fall herzlich willkommen im Plan. Ihr könnt dann auch rentheoretisch auch mit mir... Gerne zusammenspielen. Wenn ihr auch... Denn auch super habt. Und vielleicht kommt es auch dazu, dass wir dann mal... Vielleicht auch ein Video zusammentreten. Das... Das... Mal sehen. Wie es sich entwickelt. Lass mich in Ruhe, ihr Mann. Ich sagte, du sollst mich in Ruhe lassen. Mann, diese Scheiß... Ja, und dann ist er erst aufgeladen, wenn er weg ist. Das ist doch echt nervig. Es gibt's aufs Maul. Oh ne, ich bin tot. Warum stellt ihr die Mauer dahin, Mann? Okay, ich bin tot. Was? Genau im richtigen Moment. Oh ne, der ist jetzt noch da. Er hat ein Ding gemacht. Und dann trefft man... Ich treff nie wieder mit dem Bogen, glaube ich. Lass mal aufheilen. Der sitzt zwar im Busch da drin, glaube ich zumindest, aber... Ey. Den muss man doch treffen, den Treffer. Den. Schuss. Das war nicht mal ein Treffer. Ein Treffer... Ein Treffer ist nur getroffen... Moment. Ein Treffer... Ist nur ein Treffer, wenn man getroffen hat. Ansonsten ist ein Treffer kein Treffer. Jetzt hab ich den Joey nur getroffen, Alter. Guten Tag. Er lacht mich erstmal aus. Was geht? Es geht so nett. Ich treff halt wirklich nicht mehr. Komm jetzt hinter den Schrank stellen und heilen. Och, Mann. Ich... Er sieht mich bestimmt nicht. Ich bin gleich tot. Einfach abhauen jetzt. Komm. Irgendwie abhauen. Und. Lauf ein Stück weiter und dann gibt's einen aufs Maul. So ein Glück hab ich jetzt getroffen. Komm, bitte. Bitte. Ich treff nichts mehr. Und dann... Weißt du, und dann lass ich die Gegner mit null Leben davonlaufen. Warte, jetzt kann ich mich auch aufheilen. Hier ist ja sowieso keiner. Außer das Feuer. Oh, no. Das sind ja die letzten zwei Gegner. Und der letzte. Okay, das Stückchen. Ist das jetzt ein nix oder ein anderer? Ja, nee. Viel schlimmer. Wenn der Nahrkampf... Der macht mich... Die, 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 die... Guck doch mal. Junge, Junge. Lass... Junge. Dieser Nahrkampf, das ist doch zu... Das ist zu krass. Das ist doch zu krass. Jetzt sind wir schon... Ich hab noch mal gesagt... In jedem... In jedem... In jedem Part gibt's... Einen Sieg mindestens. Und dann gibt's nicht mal einen Sieg. Soweit... Ich glaub... Der nächste Sieg, den ich bekommen werde... Ist das... Sechzigste. Ah gut, dass sie's aufgehängt hat. Ist das sowieso das gewesen? Und ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... Ciao.